Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die einzelnen Fälle und Hintergründe sind jedoch nicht nur so aus dem Handgelenk. Nein, sie basieren auf einer exakten Recherche, die jeder Prüfung anhand von historischen Fakten oder Medienberichten standhalten dürfte. Wobei, wenn meine Leute gut gearbeitet haben, sollten Medienberichte über meinen Dienst eigentlich nicht nachprüfbar sein. Wann immer historische Originalaufnahmen in dieser Produktion zu hören sind, dokumentiert das die besondere Nähe der Handlung zum realen Zeitgeschehen. Natürlich stets mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Und eins noch. Die Autoren dieser Serie geben historische Entwicklungen, politische Standpunkte und internationale Beziehungen unverfälscht so wieder, wie sie der jeweiligen Zeit und Perspektive der Figuren entsprechen. Daraus kann keine politische Haltung oder Meinung des Verlags, der Produzenten oder Mitwirkenden dieser Hörspielserie abgeleitet werden. Für wen arbeiten Sie? Kommen Sie schon, das macht doch keinen Spaß. Für wen arbeiten Sie? Ich bin ein freier Mann, ja? Ein Kaufmann, ein Vermittler. Ich bringe Geschäftsleute zusammen, Produzenten. Sie haben viele Herren. Wer mehr als einen Boss auf verschiedenen Seiten hat, der hat keinen Boss. Wer zwei Gesetzen verpflichtet ist, ist keinem verpflichtet. Oh, ist das nicht die alte Geschichte von Antigone? Welchem Gesetz ist man verpflichtet? Das eigene Gewissen steht dem Gesetz des Staates gegenüber. Ah, Leute wie Sie bringen Unglück. Oh, Unglück schließt einen, dass es auch ein Glück gibt. Ja, daran glaube ich aber nicht. Okay, auf welcher Seite stand Ihr Vater? War er auch Kaufmann? Wir sind doch alle Kaufmänner. Wen hat er verkauft? War er loyal? Zu Ihnen vielleicht? Er hat Sie ausgebildet, nicht wahr? Er war mein Vater. Er hat mich erzogen. Ja, zu einem Mann ohne Werte. Einem ganz freien Mann. Was reden Sie von Werten? Wer hält mich hier fest? Fesselt mich? Tötet Unschuldige? Mein Vater war im Krieg. Er ist geflohen. Er ist zurückgekehrt in seine Heimat. Für seine Heimat. Er ist nur selten verreist, aber einmal mit guten Freunden in die USA. Deutsche Agenten auf Besuch bei der CIA. Hey, kennen Sie dieses Foto? Warum lachen Sie? Sie wissen, wer das ist. Fifi? Felfe. Heinz Felfe. Ein Freund Ihres Vaters. Hat er mit Ihnen über Felfe gesprochen? Alles wurde aufgeklärt. Eine Studentin der Kunstgeschichte wird vom BND angeworben, um ihren totgeglaubten Vater zu retten. Sie folgt den Spuren eines Mannes, der bei allen großen Affären und Ereignissen der letzten Jahrzehnte seine Finger im Spiel hatte. Ich bin diese Studentin. Anna Gudwin. Tarnidentität Hanna Herold. Und dies ist meine Geschichte. Hey, Anna. Was hörst du da? Ist das der Musikgeschmack? Das ist ja grauenhaft. Nenn mich Hanna. Ich muss mich dran gewöhnen und fummel nicht an meinen Kopfhörern rum. Okay, okay. Du bist ganz schön grummelig, wenn du aufwachst. Ist notiert. Ich bin ganz aufgeregt, Schatz. Pakistan. Was machen andere Paare für langweilige Flitterwochen? Wir nicht. Wir fliegen nach Islamabad. Islamabad. Das ist doch heiß. 31 Grad. Anna, freust du dich gar nicht, Schatz? Fahr die Scharade bitte ein bisschen zurück, wenn es nicht nötig ist. Wir sind kein wirkliches Paar, Sebastian. Wir können auch nur über die Arbeit sprechen. Nein, darf ich ja nicht. Geheimhaltungsstufe. Tja, dann müssen wir wohl über unsere Beziehung sprechen. Unsere Beziehung ist doch Teil deiner Arbeit. Wirklich schwierig. Beziehung oder Arbeit? Äh. Oh. Was ist das? Dein Tagebuch? Auch. Niedlich. Skizzen. Notizen. Gedanken. Hm. Schmutzige? Private. Das hast du gezeichnet? Ist das der Typ, der uns am Flughafen beobachtet hat? Ja. Vielleicht hat er uns beobachtet. Halten wir die Augen offen. Sehr geehrte Fluggäste, wir beginnen nun den Landeanflug auf Islamabad. Ich bitte Sie, Ihren Sitz in eine aufrechte Position zu bringen, sowie Ihre Vordertische hochzuklappen. In Islamabad ist es wie immer mal trocken und teils 31 Grad. Wir wünschen Ihnen ein anderes Aufenthalt und eine andere Reisereise. Wir wünschen Ihnen ein anderes Aufenthalt und eine andere Reisereise. Wir wünschen Ihnen ein anderes Aufenthalt und eine andere Reisereise. Wir wünschen Ihnen ein anderes Aufenthalt und ein anderes Aufenthalt. Ich bin jetzt im Hotel, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon. Sie genießen also die Flitterwochen mit Sebastian Erold? Hm, wir genießen unsere Tarnidentität in vollen Zügen und teilen ein Zimmer. Gerade ist er unterwegs, was zu essen besorgen, aber ich glaube, er versucht seinen fiktiven Auftrag auszuführen. Hm. Ja? Konzentrieren Sie sich auf Ihren neuen Job im Schiller-Institut. Hm, so viel zu den Flitterwochen. Hey, die jungen Frauen stecken eben nicht zurück, wenn es um die Karriere geht. Da müssen sich Beziehungen und Reisezielen unterordnen. Zu meinem Vater. Kennt irgendwer hier Klaus Gutwehn unter seinem wirklichen Namen? Er operierte unter verschiedenen Pseudonymen. Hat vielleicht seinen echten Vornamen benutzt, aber einen anderen Nachnamen. Ich habe von Ihnen diese Tonaufzeichnungen bekommen. Ich dachte, das sind alles nur Memos von Klaus Gutwehn. Eine Art Tagebuch oder seine Gedankensammlung. Ich habe Ihnen alles gegeben, was wir hatten. Unsortiert. Wir haben viele seiner Aufnahmen abgefangen oder abgehört. Nicht alles war für fremde Ohren bestimmt. Sind darunter auch Verhöre? Möglich. Einige Zielobjekte waren verwandt, zeichnen dann rund um die Uhr auf. Das heißt, ich muss stundenlangem Rauschen und Knistern lauschen, bis vielleicht mal was passiert? Das ist unvermeidlich. Begeben Sie sich zum Schiller-Institut. Die Leiterin, Frau Nadine Dietz, erwartet Sie. Aber bleiben Sie unter dem Radar. Für das Institut sind Sie nur eine billige Arbeitskraft. Jung und naiv. Wir wissen, dort ist ein Maulwurf. Irgendjemand, wahrscheinlich ein enger Vertrauter Ihres Vaters, hat ihn verraten. Haben Sie einen Verdacht, wer das sein könnte? Vom Fahrer bis zur Chefin ist alles möglich. Das ist Pakistan. Jeder ist käuflich. Aber konzentriert Sie sich auf die, die Ihrem Vater nahe waren. Sie wissen ja nicht viel für einen Agenten. Eins noch. Goodwin hatte dort den Spitznamen der Archivar. Es muss Berge an Akten geben, die er zusammengestellt hat. Was für Akten? Über was? Ich vermute, er hat die entscheidenden Informationen in der Masse banaler Daten verstanden. Hat man das Zeug vielleicht einfach auf den Müll geworfen? Sicher noch nicht. Je größer der Aktenberg, desto mehr schrecken die Leute davor zurück, sich damit zu beschäftigen. Man schiebt es nur in die hinterste Ecke. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ja, Sie müssen da jetzt ran, bevor uns jemand zuvorkommt. Okay, ich schnapp mir ein Taxi. Ich bin da. Ein blank poliertes Messingschild. Schiller-Institut. German Cultural Center. Zwei Gärtnerwässern den perfekt gepflegten Vorgarten. Überachten mich nicht. Naja, zumindest wundern Sie sich nicht, dass ich mit meinem Stift rede. Das Haus selbst strahlt. Weiß und makellos. Alle Ecken und Kanten hat man abgeschliffen. Jedes Detail scheint dem Zweck zu dienen, so harmlos wie möglich zu wirken. Eine Oase des Friedens inmitten von Staub und Lärm. So, und wo kann ich jetzt die Aufnahme wieder... Hier hängt alles voller Bilder von vergangenen Veranstaltungen. Ist mein Vater hier abgebildet? Willkommen im Schiller-Institut, Frau Herold. Ich bin Nadine Dietz. Entschuldigen Sie, ich bin etwas im Stress. Wir sind gerade unterbesetzt und ich muss trotzdem die Veranstaltung organisieren. Schnatten Sie sich ein paar von den Kartons dort. Ja. Das muss alles in den Keller. Folgen Sie mir. Wir müssen hier klar Schiff machen. Vor dem Empfang am Wochenende. Ich erkläre Ihnen alles und führe Sie gern rum, aber dabei müssen die Hände ja nicht faulenzen. Was wir hier machen. Wir schaffen einen Ort des Austauschs. Unsere Gäste sind Diplomaten, Geschäftsleute, Politiker, Prominente und mitunter auch Leiter von NGOs. Also natürlich, wenn sie nicht zu riskant oder offensive für eine Seite auftreten. Wissen Sie, unser Auftrag ist es, Deutschland als vertrauensvollen Partner zu etablieren, mit dem alle Seiten reden können. Ja, die deutsche Kunst und Kultur steht hier im Dienste der Völkerverständigung. Deswegen, ja, sind wir auch sehr darauf bedacht, welche Künstler wir hierher einladen. Wissen Sie, wir stehen für freie Meinungsäußerung, aber unsere Künstler müssen zuerst Diplomaten sein. Keine politische Kunst, keine Ironie. Ah, klassische Musik ist immer gut. Was ist mit Wagner? Zu deutsch? Ach, zu laut. Wir bevorzugen Kammermusik. Schubert, kennen Sie die Forelle? Ja. In einem Bächlein helle, da schossen Frau Eil, die launische Forelle vorüber, dumm, dumm. Verdamm. Das ist doch erquicklich, beschwingend, schön, harmlos. Ja, so etwas mögen wir hier. Nicht so erquicklich für die Forelle. Sie stirbt. Unsere Gäste essen gerne Fisch. Passen Sie auf die Stufen auf. Hier geht es runter. Keine Schalentiere. Die sind nicht koscher. Alkohol schenken Sie dann wohl auch nicht aus? Doch, auf jeden Fall. Kunst und Kultur und deutsche Trinkkultur. Aber nur nicht, wenn Ramadan ist. Aber in der Zeit machen wir ohnehin zu und ich mache Urlaub. In einem Land, wo kein Ramadan ist. Auf den Bahamas oder so. Wow. Das ist unser Archiv. Stellen Sie den Karton da hinten zu den anderen und dann holen Sie gleich die anderen Kartons von oben. Was ist das alles? Ja, unser Chivar, der sich darum gekümmert hat, hat uns leider überraschend verlassen. Das war seine Baustelle. Ach, das alles? Ja. Aber brauchen Sie das nicht? Ich kann das gerne sortieren. Ach, im Gegenteil. Ich habe den Auftrag, alles zu vernichten. Aber sowas kann man nicht einfach auf der Müllkippe abladen. Aktenvernichtung ist mühselig. Aber wenn der Empfang rum ist, ist es das Erste, was wir tun. Jetzt bringen Sie erst mal den Rest runter und dann sehen wir uns später. Ja? Oh, mein Gott. Mein Vater scheint wirklich alles gesammelt zu haben. Wie soll ich denn hier irgendwas von Bedeutung finden? Nach was suche ich überhaupt? Ah, okay. Das scheint zumindest chronologisch. Nach 1945. Ah, hier sind Anmerkungen. Initialen. O.G. K.G. Ach, wenn ich das entziffern könnte. Operation Zippa. Beauftragung und Finanzierung der Organisation Gehlen. Mithilfe der Operation Zippa baute die CIA ihr Informationsaufkommen über die DDR und weitere Ostblockstaaten aus. Ermittelte darüber hinaus auch die Einstellung westdeutscher Eliten zur amerikanischen Deutschlandpolitik. Mitte der 50er war Zippa die größte CIA-Operation in Europa? Johannes Paul-Heinz Felfe, geboren 8. März 1918 in Dresden, verstorben am 8. Mai 2008 in Berlin. Oh, was ist das da hinten an der Rückwand der Schublade? Verklebtes Plastik. Ein Diktiergerät. Wow. Mein Stift ist eindeutig handlicher. Geschichte besteht aus Fragmenten ohne Ordnung, zusammengehalten nur von den Fehlern von einst, die sich in alle Ewigkeit fortschreiben. Das ist mein Vater. Ich bin der Kurator dieser namenlosen Sammlung. Bedeutung und Wert erhalten meine Fundstücke allein durch den, der ihren Wert und ihre Bedeutung richtig macht. Hey, was machen Sie hier? Alles okay? Sie haben mich erschreckt. Entschuldigung. Ich bin neu hier. Oh. Hanna, Hanna Herold. Oben sind alle schon gegangen. Ich habe Geräusche aus dem Keller gehört. Dachte, da ist ein Einbrecher. Frau Dietz hat gesagt, ich soll hier aufräumen. Ich bin Georg. Hi. Freut mich. Ja, das ist ein Chaos hier. Hat mein Kollege hinterlassen. Was ist das alles? Oder besser, ist das alles? Was ist hinter der Tür dort? Das ist der Weinkeller. Die Akten sind alle hier, soweit ich weiß. Und im Computer. Teilweise. Mhm. Gibt es da ein System? Auf jeden Fall. Der Mann war sehr strukturiert. Aber in seiner Weise. Wissen Sie, wo er ist? Ich weiß, wer Sie geschickt hat. Sie können mir vertrauen. Ich kannte ihn gut. Sie kannten ihn? Gut? Sein Klarname lautet Klaus Gudwin. Okay? Am Institut hat er sich Klaus Berger genannt. Berger? Äh, wo ist er? Nicht hier. Morgen. In der Teestube vor Ihrem Hotel? Erzählen Sie niemandem, dass Sie mich gesehen haben. Sonst? Klaus war ein Profi. Trotzdem ist er spurlos verschwunden. Oh. Das Archiv hier, das sind vielleicht seine sterblichen Überreste? Ah. Und Sie wühlen darin herum. Glauben Sie nicht, dass es Leute gibt, die verhindern wollen, dass Sie hier was finden? Hm. Sie bleiben noch? Ja, ich räume noch auf. Aktenordner. Kisten mit Schreibzeug und Büromaterial. Wahrscheinlich wurde einfach der ganze Inhalt seines Schreibtisches in Kartons gepackt. Oh. Was ist das? Ein Foto. Schwarz-Weiß. Ein spontanes Gruppenbild? Männer in Freizeitkleidung auf einem Ausflug? Hm. Sie wirken etwas unsicher. Deplatziert. Wo ist das? Wer sind die? Der eine lächelt überrascht. Hm. Oder er tappt. Er trägt selbst eine dicke Kamera um den Hals. Aber über diese Aufnahme scheint er nicht wirklich erfreut. Ah. Ah. Da ist eine Notiz auf der Rückseite. Langley. September 1956. Hm. In Langley ist das CIA-Hauptquartier. Aber die Männer sind bestimmt keine Amis. Seltsam. Unzählige Akten. Aber nur ein Foto. Das behalte ich besser. Wieder im Hotelzimmer. Sebastian ist noch unter der Dusche. Ich bring schnell noch meine neuen Kollegen zu Papier. Anna, mein Schatz. Was für ein Tag. Guck, ich schwitze immer noch. Ha. Na. Kriegst du das hin? Und du bist nass. Sag ich doch. Also wenn du noch später gekommen wärst, hätte ich nach dir gesucht. Oh. Zeichnest du das Hotelzimmer? Fremde Männer. Weil du so auf den Fernseher starrst. Hm. Der schwarze Bildschirm ist wie ein Bilderrahmen. Hilft mir, mich auf Details zu konzentrieren und befreit meine Netzhaut von diesen 80er-Jahre-Tapetenmustern. Ah. Details wie der Pickel dort über der Augenbraue. Wie ist das? Georg. Hm. Kollege aus dem Schiller-Institut. Sieht nicht aus wie ein Georg. Bisschen wabbelig. Stehst du auf ihn? Und die stylische Lady in der Toga? Eine römische Priesterin? Nadine Dietz. Fehlt nur noch der Lorbeerkranz auf dem Kopf. Die Direktorin. Hm. Hat was. Und das andere Zeug? Sag mal, hast du Arbeit nach Hause gebracht? Du sollst die Zeit jedoch genießen, Schatz. Ach, lass den Schatz unsern. Vielleicht werden wir hier ja abgehört. Schatz. Gute Nacht. Schläfst immer mit Kopfhörern? Was hörst du? Einschlafmusik? Hm. Sowas in der Art. Gute Nacht. Was mach ich, Kasper, nur in dieser Kasper? Hier bin ich ein Verlorener. Die Geschäfte laufen schleppend an. Alles ist fremd. Man ist ein Fremder. Man wird sich selbst Fremder von Tag zu Tag. Ein Petrus in Pakistan. Ein Petrus in Pakistan. Ein Pakistan. Ein Pakistan. Hier drüben. Warum hier treffen und nicht im Institut? Ich schätze den Tee und den Lärm. Haben Sie Angst vor den anderen Leuten im Institut? Dass man sie verschwinden lässt wie Ihren Kollegen? Egal, wen Sie treffen. Nehmen Sie an, es sind Agenten. Auch wenn es keine Agenten sind. Vielleicht berichten Sie an einem Geheimdienst. Was wissen Sie? Wo ist er? Langsam. Glauben Sie, es ist so einfach? Sie fragen, wo er ist. Aber Sie wissen nicht einmal, nach wem Sie suchen müssen. Um zu erfahren, wo er ist, müssen Sie erkennen, wer er ist. Dann wissen Sie auch, wo Sie suchen müssen. Klaus war ein Verbindungsmann. Er konnte mit allen Seiten Geschäfte machen. Das Institut war nur Fassade für seine eigenen Aktivitäten. Aber was hat sein Archiv mit seinem Geschäft zu tun? Sie sollten unbedingt die heimischen Spezialitäten probieren. Die haben ein sehr gutes Karai hier. Und? Schmeckt es? Also, was hat es mit dem Archiv auf sich? Wie kann man jemanden erpressen? Mit seiner Vergangenheit. Klaus hat Vergangenheit gesammelt. Was sagt Ihnen der Name Felfe? Sie fragen mich nach Felfe? Heinz Fifi Felfe? Das ist bemerkenswert. Warum? Warum bemerkenswert? Gibt es eine Verbindung von ihm zu diesem Felfe? Zu seinem Vater. Wilhelm Gutwin. Gut. Kennen Sie den Begriff Kettenrekrutierung? Äh, was heißt das? Das ist wie bei diesen Strukturvertrieben. Ich rekrutiere Sie und Sie rekrutieren zwei Freunde. Und Ihre Familie. Und die rekrutiert wiederum Familie und Freunde. Okay. Verstanden. Wer hat Sie rekrutiert? Gehören Sie auch zum Freundeskreis oder gar zur Familie? Nein. Dann haben Sie sicher herausragende Fähigkeiten. Ich hoffe es. Denn sonst dieses Jahr, man konnte keinen finden, der dumm genug war, so eine Mission zu übernehmen. Mission Impossible. Also, Felfe? Wenn ich an Klaus denke, muss ich immer an Felfe denken. Das ist vielleicht ungerecht. Aber der Gedanke drängt sich mir auf. Warum? Wer ist er? Jemand, der durch die Weltgeschichte traumelt und mit allen Seiten und Begebenheiten in Berührung kommt. Er war Agent in sieben Geheimdiensten. Klaus Gutwin? Nein, Felfe. Heinz Felfe. Ein echtes Chamäleon. Überzeugter Nazi im Dritten Reich. Kein Mitläufer. SS-Obersturmführer beim SD. Dem Geheimdienst. Ein Typ wie Gehlen? Naja, Felfe war kein guter Soldat. Krank und schwächlich. Nicht geeignet für den Kriegsdienst. Nicht einmal geeignet für die Grundausbildung. Klaus hat mal gescherzt, sein Rückgrat war kümmerlich und flexibel genug, um Mikrofilme und Ideologien zu tragen. Aber kein Gewehr. Aber er hatte den unbedingten Willen. 45 hat er sich mit einem versprengten Rest in den wahrlich letzten Zipfel des Reiches die Insel Schiermonikoch zurückgezogen. Und die Stellung gehalten. Kamera, wir halten durch. Wir halten zusammen. Niemand kann uns Waffenbrüder trennen. Wir kämpfen bis zum Schluss. Wer desertiert, wird erschossen. Erst am 31. Mai 1945, 23 Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht, ergab sich Felfe. Er hat länger ausgehalten als Hitler. Das sagt doch auch was. Am 23. November 1945 kam er ins britische Combined Services Detailed Interrogation Center. Und da war er wie verwandelt. Alright, das ist deine feine Liste. Sind das den Namen von all Ihrer Kameraden? Ja, und hier auf der anderen Liste, entschuldigen Sie, hier ist mir die Tinte ausgegangen, die Linien sind etwas unsauber, weil ich so aufdrücken musste. Und mein Handgelenk, sehen Sie, es ist geschwollen. Äh, unsere Agenten der Schweiz und hier in den Niederlanden und da der jeweilige Rang, die mir bekannten Adressen und bei manchen erinnerte ich mich auch an das Geburtsdatum. Blimey, ich kenne den Geburtstag von meiner Misses und meinen engsten Freunde. Aber von den Soldaten, mit denen ich Schulter an Schulter gekämpft habe, von denen weiß ich gerade Nicknames. Also, verraten Sie hier Ihre engsten Freunde. Sind Sie so ein Mensch? Ich versuche das Richtige zu tun. Und sehen Sie, ich bin darauf trainiert, mir Details zu merken. Und wo haben Sie das gelernt? Ihre Mitgefangenen haben Sie erkannt. Sie waren beim SD. SS-Führer. Ich bin nur Oberleutnant. Nur Oberleutnant. Meine Mitgefangenen wollen mir Böses, weil ich hier mit Ihnen rede. Bitte. Vielleicht können Sie mich ja in eine Einzelzelle verlegen. Aber zu Ihrer Frage. Ich war Kriminalkommissar. Schon mein Vater war Kriminalinspektor. Wir sind im Herzen Polizisten. Keine Soldaten. Und so stelle ich mir auch meine zukünftige Verwendung vor. Für Recht und Unrecht sorgen. Bitte? Für Recht und Ordnung. Ich will für Recht und Ordnung sorgen. Die Zivilbevölkerung schützen. Wie sieht es da draußen jetzt aus, in meinem zerbombten Vaterland? Da gilt doch nur das Recht des Stärkeren. Wer schützt denn die Kinder und Frauen, die jetzt keine Männer mehr haben? Meine Familie. Meine Frau. Das war's. That's all. Werden Sie mir helfen, meinen Traum wahrzumachen? Well, wie Ed Man sagen. Man hat ihn schmoren lassen. Aber am Ende? So. Hier haben Sie schwarz auf weiß. Sie sind kein Kriegsverbrecher. Einer weiteren Verwendung in der deutschen Polizei spricht nichts entgegen. Jetzt machen Sie doch kein Spielchen. Beinahe wäre das schöne Dokument zerrissen. Wenn Sie sich bereit erklären, für uns zu arbeiten. Den SAS. Als Agent. Als V-Mann. Natürlich. Im Herzen bin ich Antikommunist. Ich möchte 500 Reismark monatlich. 300. 400. Plus Lebensmittel? Im Herzen bin ich Antikommunist. Okay. Velfe war Nationalsozialist. Antikommunist. Kapitalist. Und nun V-Mann für die Briten. SIS, MI6. Sein Auftrag? Kommunistische Studenten ausspähen und die KPD infiltrieren. Guten Tag. Ich bin freier Journalist des Deutschen Kommunistischen Tageplatz. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? 1950 verlor Velfe seine Zugänge zur KPD. Die Briten verloren daher ihr Interesse und schalteten Velfe als V-Mann ab. Hier sollte seine Geschichte enden. Aber eigentlich beginnt sie jetzt erst richtig. Hans! Hans! Hans Clemens! Tiffi? Ist du das? Wie geht es dir? Ich hätte dich fast nicht erkannt. Es ist so eine Freude, dich wiederzusehen. Du siehst schrecklich aus, ganz abgemagert. Was ist los? Das alte Leiden? Hans, ich verliere die Hoffnung. Gerade dachte ich noch, es geht aufwärts. Es liegt alles hinter uns. Aber dann holt es einen immer wieder ein. Ich war gerade auf Besuch bei meiner Schwiegermutter in Döltschen. Ein Nachbar hat mich erkannt. SED-Mitglied, du weißt schon. Und hat mich der Polizei gemeldet. Sie lehnen mich immer ab. Dabei... Leute mit unserer Erfahrung. Die werden doch gebraucht. Ich verstehe das nicht. Vielleicht musst du deine Blickrichtung ändern. Was meinst du? Du blickst nur nach Westen. Wenn unsere Fähigkeiten und Erfahrungen im Westen nicht wertgeschätzt werden... Du hast also Kontakte. Das wusstest du, oder? Nein. Nein, nein. Ich werde dich vorschlagen. Und du solltest dich weiterbewerben. Wo? Hier. Organisation Gehlen. Generalvertretung... Und Gehlen nimmt ihn tatsächlich auf. Velfe erhält den Decknamen Hans Friesen. Und nicht nur das. Vor dir steht der neue Leiter des Referats gegen Spionage Sowjetunion. Deckname Hans Friesen. Beim KGB müssen die Sektkorken geknallt haben. Erkennen Sie die Leute auf dem Foto? Haben Sie das auch im Archiv gefunden? Nur dieses eine. Seltsam, oder? Das ist der Velfe. Der Mann mit der Kamera. Und wer ist der Mann da im Hintergrund? Klaus Gudwin? Nein, das kann nicht sein. Das passt zeitlich nicht. Die Aufnahme ist zu alt. Aber er sieht ihm ähnlich? Lieber Wilhelm, was bedrückt Sie denn so? Herr Gehlen. Klaus, mein Sohn. Ich weiß nicht. Was ist mit ihm? Ein kluger Junge, nicht wahr? Ach, er ist so weich. Sensibel. Hat nichts von einem Soldaten. Nichts Männliches. Hat keine Haltung. Kein Ziel. Vergräbt sich in seinem Zimmer mit seinen Büchern. Hat keine Freunde. Was halten Sie davon, wenn Sie Ihren Sohn zu uns schicken? Ich weiß nicht. Er ist noch zu jung. Er könnte unser jüngster Nachrichtendienstler werden. Sogar jünger als der Sohn von Ferdsch. Je früher die Kleinen zu uns kommen, desto eher können wir ihnen die Flausen austreiben. Und ihnen einen Kompass fürs Leben geben. Danke. Wir sind hier eine Familie. Und eine Familie, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, ist ein Panzer. Unzerstörber. Unaufhaltsam. Ich erinnere mich an einen Spruch meines Vaters. Einen seiner Glaubenssätze. Familie sei wie ein rollender Panzer. Kein Feind könne unerkannt die Luke öffnen, eindringen, sich ans Steuer setzen und die Richtung ändern. Nun, das Bild hat mich damals überzeugt. Aber der Vergleich? Absolut nichts in unserem Leben gleicht einer Fahrt im Panzer. Im Gegenteil. Wir sind die Karnickel, die vor den anrollenden Kettenreiß ausnehmen. Der Panzer ist das Leben selbst. Während man im Schiller-Institut den Empfang vorbereitet, verkrieche ich mich bei jeder Gelegenheit im Archiv und wühle durch die Akten. Wobei ich den Aufzeichnungen meines Vaters weiterlausche. Es braucht ein Wunder, um hier Geschäfte zu machen. Doch ich habe zu viele getroffen, die Wasser zu weinen machen. Zu viele Wunderheiler, um an Wunder zu glauben. Ach, hier muss doch irgendetwas sein, das seine seltsamen Monologe aufklärt. Wohin führt er mich? Mir bleibt kaum Zeit. Nach dem Empfang mag das alles vernichtet sein. Okay, was kann ich noch retten? Der Glaube schwindet, während die Ehrfurcht von der Täuschung wächst. Alles und alle sind präpariert. Echte Schlüssel zu falschen Türen. Billiger Wein in antiken Flaschen. Flaschen, 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 Flaschen. Frau Herold, Sie sind spät dran. Spät, spät, spät. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ich war die ganze Zeit hier. Ich habe nur im Archiv aufgeräumt. Nur für den Weinkeller habe ich keinen Schlüssel. Da könnte... Ab jetzt will ich Sie dann nicht mehr sehen. So, hier. Das ist die Gästeliste für unseren Empfang. Am besten lernen Sie alle Namen auswendig. Wir haben einige Gäste, die es nicht schätzen, wenn man sie nicht erkennt. Okay, Ihr Job ist einfach. Kümmern Sie sich um das Wohl der Gäste, verwenden Sie die richtige Anrede und wenn ein Gast einen Wunsch äußert, sagen Sie niemals Nein. Nein ist verboten. Wenn Sie nicht wissen, was Sie antworten sollen, dann kommen Sie zu mir. Verstanden? Nein. Was? War nur ein Scherz. Natürlich, alles klar. Wollen wir kurz die Liste durchgehen? Das ist doch alles ziemlich selbsterklärend, Mäuschen. Bitte. Iris Ginderfels. NGO, unwichtig, Flüchtlingshilfe und so. Um die brauchen Sie sich nicht zu kümmern, die wird Sie schon von selbst nerven. Jodie Reed. Klingt wie aus einem amerikanischen Agentenschirm. US-Botschaft ist aber erst kürzlich hierher versetzt worden. Ketrus? Petrus. Sein Spitzname, Weinkenner. Petrus wie der Wein. Sagt mir nichts. Oh, Himmelmädchen, was weißt du überhaupt? Ein einflussreicher Geschäftsmann. Wir lagern seinen persönlichen Wein im Keller. Chateau Petrus. So eine Flasche kostet gerne mal 5000 Euro. Keine Angst, dass die jemand stiehlt? War nicht meine Idee. Lassen Sie mich raten, Herr Archivar. Ja, aber Petrus hat den Schlüssel. Nicht meine Verantwortung. Herr Mohr? Haben Sie die Gästeliste erhalten? Von nun an müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Folgen Sie den Spuren Ihres Vaters. Wo war er? Mit wem hatte er Kontakt? Der Empfang ist eine einmalige Gelegenheit. Gut. Ich mach mich fertig. Nehmen Sie Sebastian mit. Äh, warum? Sie sind doch ein Paar. Nutzen Sie die Ablenkung. Ich weiß nicht, wo er ist. Kennen Sie ihn Georg im Schiller-Institut? Nein. Also, er nennt sich Georg, aber er ist kein Deutscher. Aber der BND hat einige Agenten in Deutschland ausgebildet. Wie ist mein Vater eigentlich zum BND gekommen? Familie. Er muss sehr jung gewesen sein. Sein Vater Wilhelm war Agent in der Organisation Gehl. Wie erkennt man denn den Eindringling? Den zukünftigen Verräter? Verraten ihn seine schielenden Augen, die Haken-Nase? Oder ist es etwas in seinem Charakter? Wiesens Zug? Oder nichts als die Umstände? Manchmal, wenn ich ihm zuhöre, wird er mir vertrauter. Dann wieder erscheint er mir so fremd. Entrückt? Spricht er direkt zu mir oder zu… Auf welcher Seite stand mein Vater? Und sein Vater? Das tausendjährige Reich bestand kaum ein paar Jahre. Gehlen konnte nicht darauf bauen, dass die BRD viel länger existieren würde. Doch er glaubte, er könne die zukünftigen Verräter erkennen. Nicht an der Nase, aber am Parteibuch. Und er machte sich daran, sie aus den Geschichtsbüchern auszuradieren. Wer erinnert sich heute noch an den Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst oder das Archiv für Zeitgeschichte? Niemand? Ah, was haben wir hier? Der FWHD-Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst wurde im Gegensatz zu der Organisation Gehlen und den anderen Geheimdiensten der Bundesrepublik Deutschland nicht von den alliierten Besatzungsmächten kontrolliert. Was zwar gegen die Kapitulationsbedingungen verstieß, aber Adenauer wollte sich eben nicht nur auf geheimdienstliche Informationen der alliierten Nachrichtendienste verlassen. Fast die Widerwoche rangen Heinz und Gehlen vor Bundeskanzler Adenauer um die Deutungshoheit. Erster war bei der Überzeugung, die sowjetischen Truppen in der SBZ seien rein defensiv aufgestellt. 1953 hatte der FWHD einen Etat von 700.000 D-Mark bei 200 Mitarbeitern. Im Vergleich dazu, Organisation Gehlen, 1954, 20 Millionen D-Mark und 3.500 Mitarbeiter. Als Gehlen bei Adenauer nichts erreichte, versuchte er die CIA gegen seinen Konkurrenten aufzubringen. Mr. Critchfield. Sie müssen mir nichts vorspielen. Ich bin lediglich daran interessiert, die USA und Deutschland zu schützen. Es geht um Sicherheitsinteressen. Heinz ist ein notorischer Putschist und Hochverräter. Ich verstehe. Sie wollen keine Konkurrenz. Es ist auch Ihre Konkurrenz, mit Verlaub. Sein Dienst teilt keine Informationen mit Ihnen und hat keine Absicht, mit Ihnen zu kooperieren. Deswegen mag ihn, Adenauer. Haben Sie etwas gegen ihn in der Hand? Heinz hat sich nicht im Griff. Er neigt zu Übertreibung, Kurzschlüssen und Indiskretion. Langfristig ist eine solche Persönlichkeit ungeeignet, einen Nachrichtendienst zu führen. Great. Wenn Sie das oft genug wiederholen, bleibt es hängen. Galen hat seinen Konkurrenten so lange mit Dreck beworfen, bis man ihn tatsächlich für unsauber hielt. Schließlich wurde er wegen unerlaubten Führens des Titels Oberst AD verurteilt und musste zurücktreten. Damit hatte Galen jegliche Konkurrenz beseitigt und seine Haltung gegenüber Moskau durchgesetzt. Es war sein letzter Triumph. Es reichte sich, dass Galen zu sehr mit den Intrigen gegen seine Konkurrenten beschäftigt war und dabei blind gegenüber den Maulwürfen in seinen eigenen Reihen. Nach und nach zeigte sich Velfes absolut verheerende Kraft. Am 21. Dezember 1953 verurteilte das oberste Gericht der DDR sieben Mitarbeiter und Agenten der Organisation Gehlen. Hauptangeklagter war der ehemalige Major der faschistischen Wehrmacht und später Leiter der Filiale 120a der Organisation Gehlen, Werner Hase. Die Beschuldigten sind hauptanktige Mitarbeiter der vom amerikanischen Geheimdienst in Deutschland geschaffenen, gelenkten und finanzierten Spionageorganisationen General von Gehlen. Genossen, wir haben diese herausragende Quelle im BND. Ihr Glaube sagen zu können, dass wir im Augenblick jeden Agenten und jede ihrer Quellen mit Klarnamen und Adresse kennen und darüber hinaus, liebe Genossen, haben wir über ihn nun auch Zugriff auf Agenten der CIA. Nutzen wir diese Gelegenheit zum finalen Schlag. Im Namen des Volkes. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Verbindung mit der Direktive Nummer 38 Abschnitt 2 Artikel 3a 3 des Alliierten Kontrollrats werden verurteilt die angeklagten Hase, Schmidt und Schneider zu lebenslangem Zuchthaus. Verurteilungen sind doch für Geheimdienste nur ein Werkzeug. Propaganda, öffentliche Demütigung. Während Gehlen noch wie gelähmt vor dem Fernseher in seinem Haus am Starnberger See saß und die Erniedrigung seiner Arbeit und seiner Agenten verfolgte, kauerten die Feinde schon in seinem Vorgarten. Seine Spione hatte man ausgeschaltet. Jetzt wollte man ihn. Für 5000 Mark erwarb der KGB ein Haus in Gehlens Nachbarschaft am Starnberger See. Er observierte ihn und jeden Tag trafen neue Leute ein. Ein Spezialkommando. Der Ring um Gehlen und seine Familie zog sich zusammen. Er saß in der Falle. Also, jedes Wochenende verbringt das Zielobjekt nach seiner Rückkehr aus Pulach die Zeit mit Familie in seinem Landsitz. Dort werden sich voraussichtlich seine vier Kinder und seine Frau aufhalten. Kein Sicherheitspersonal. Wir haben den Plan seines Hausens. Zugriff muss auch gegen Widerstand erfolgen. Verbringung des Parkets erfolgt unmittelbar über Wien in den Osten. Das Flugzeug in Wien wartet startbereit. Doch im letzten Moment wird die Entführungsaktion abgebrochen. Der politische Wind hat gedreht. Adenauer besucht Moskau. Die Russen wollen den Beginn diplomatischer Beziehungen nicht aufs Spiel setzen. So wird Gehlens größte Angst, die Annäherung an Russland, Realität. Und fettet ihm paradoxerweise das Leben. Das Rad der Geschichte drehte sich weiter. Am 6. Mai 1955 wird Deutschland in die NATO aufgenommen. Am 1. April 1956 wird die Organisation Gehlen zum Bundesnachrichtendienst. Am 13. September trafen sieben ausgewählte BND-Agenten in den USA ein, auf Einladung des CIA. Darunter Felfe. Als Leiter des Referats gegen Spionage Sowjetunion. Bei Fachgesprächen im CIA-Hauptquartier lernte der KGB-Spion aus erster Hand Organisationsaufbau und Arbeitsmethoden des US-Geheimdienstes kennen. Es soll Ihnen keine Angst machen, aber das Ding hier ist die Zukunft. Es ist ein Lie-Detektor, ein Lügendetektor. Wird Sie alle arbeitslos machen. Sieht aus wie ein elektrischer Stuhl. Wer setzt sich da schon freiwillig drauf? Du, Fifi? Wer hier ist ein russischer Spion? Fifi, der meint dich. Auf? Gut, gut. Ich zeige Ihnen, wie ich das Gerät austricksen kann. Wie? Passen Sie auf. Sie werden mich für einen echten russischen Spion halten. We'll see. Okay. Erste Frage. Wie lautet Ihr vollständiger Name? Johannes Paul-Heinz Felfe, genannt Fifi. Haben Sie je Ihren Eid gebrochen und für einen sowjetischen Geheimdienst spioniert? Nein. Jedenfalls nicht wissentlich. Also, für die OG lege ich meine Hand ins Feuer. Das war ein deutscher Geheimdienst. Aber der BND, dieser Bundesnachrichtendienst... Bitte nur eine kurze Antwort. Sonst ist es schwierig, eventuelle Spitzen in den Ausschlägen zuzuordnen. Sagen Sie nicht, der BND ist unterwandert und eigentlich russisch, amerikanisch oder gar jüdisch. Bitte antworten Sie nur mit Ja und Nein. Haben Sie je ein Angebot erhalten, für einen feindlichen Geheimdienst zu arbeiten? Nein. Und ehrlich gesagt, das kränkt mich etwas. Ich meine, wenn die sogar Wilhelm ein Angebot machen, können Ihre Standards ja nicht so hoch sein, oder? Verräumdung! Nehmen Sie den Mann fest! Nächstbeschmutzer! Verräter! Aus einem CIA-Schadenbericht ging später hervor, dass Velfe rund 100 CIA-Mitarbeiter an den KGB verraten hatte. Unter ihnen 25 mit Klarnamen. Lieber Heinz, setzen Sie sich. Wir haben ein Problem. Wir haben Hinweise, dass bei uns im Hause ein Maulwurf sitzt. Hinweise? Ich habe versucht, das meiste unter Verschluss zu halten. Aber viele unserer Quellen in der DDR sind enttarnt worden. Vielleicht waren Sie nur unvorsichtig. Machen wir uns keine Illusionen. Menschen, die um ihr Leben fürchten, neigen nicht zur Sorglosigkeit. Ich übertrage Ihnen die Leitung der Untersuchung. Panoptikum. Finden Sie den Maulwurf, bevor er weiteren Schaden anrichten kann. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Präsident. Gehlen beauftragte Velfe also damit, sich selbst zu suchen. Unterdessen wuchs das Misstrauen unter den Agenten in Pullach. Ich mag es nicht mehr hören. Ihr neidet dem Velfe nur seine Ergebnisse. Der Mann ist in Ordnung. Woher hat Fifi denn all seine Erkenntnisse? Wie kommt er zum Beispiel zu dem exakten Plan der KGB-Niederlassung in Karlshorst? Was unterstellen Sie denn hier? Glauben Sie ernsthaft, die Russen öffnen uns ihre Tresore mit ihren geheimsten, sicherheitsrelevanten Informationen, nur um Velfes Position zu sichern? Ja. Das ist doch absurd. Natürlich geben Sie einem Maulwurf Spielmaterial. Aber was Velfe seit Jahren liefert, das sind relevante Fakten. Ein Qualitätsopfer. Wie bitte? Qualitätsopfer. Sie spielen doch Schach? Der Spieler, der mit dem Rücken zur Wand steht, opfert eine höherwertige Figur, um in eine bessere Position zu kommen. Durch ihn haben wir echte russische Agenten festnehmen können. Warum haben Sie ihn nicht mit Desinformationsmaterial gespickt? Wie weit wäre er da mitgekommen? Hätten Sie ihn dann befördert? In eine Position, in der er Zugriff auf alle Informationen hat? Fragen Sie ihn nach seinen Quälen. Gut. Das werde ich bei Gelegenheit tun. Gehlen tat das Gegenteil und verteidigte Velfe bei jeder Gelegenheit. Erste Hochmut der eigenen Leute brachte Velfe zu Fall. 1958, bei einem Treffen der Bruderdienste in Moskau, brüstete sich ein KGB-General minutenlang, dass Moskau den BND-Bereich Sowjetunion kontrollierte. Doch einer der Anwesenden war ein Doppelagent. Michael Koleniewski mit dem CIA-Decknamen Sniper. Oh, Sniper. Berichtet der CIA, dass zwei BND-Mitarbeiter der USA-Reise KGB-Spione sein sollten. Doch was niemand wusste? Die Sowjets hatten Koleniewski alias Sniper längst als undichte Stelle enttarnt und ihn gezielt mit Desinformationsmaterial gespickt. Die Sowjets hätten Velfe also rechtzeitig warnen können, aber damit wäre er wertlos geworden. Seine Enttarnung allerdings, das war, als würde man eine schmutzige Bombe in der BND-Zentrale zünden und das Gelände für Jahrzehnte verseuchen. Herzlich willkommen. Hallo. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ja? Welcome. How do you do? Die letzten Gäste treffen ein. Alle sind gut gekleidet. Im Stil ihrer Kultur. Der Innenhof ist wirklich nett geschmückt. Auf einer kleinen Bühne spielen die Musiker. Lichterketten in Palmen und Feigenbäumen über den Tischen bilden kleine Separés aus Licht und Schatten für die Gästegruppen. Die Atmosphäre ist sanft und beharrlich. Alles arrangiert, um ins Gespräch zu kommen. So friedlich und konfliktfrei wie nur möglich. Oh, ist das dieser Petrus, der Weinkenner? Petrus, ja. So, komm hin. Ich stelle mich Ihnen kurz vor. Oh, das muss ich aufnehmen. Der Müllraum. Was haben wir denn hier? Alte Flaschen. Ja. Weinreste. Oh, das riecht schon nach Essig. Ja. Na gut. Kippen wir mal alle Reste zusammen. So. Huhu, Schatz. Sebastian? Was machst du hier? Ich passe auf, dass du dir keinen reichen Diplomaten anlachst. Ich glaube, wir sollten Abstand halten. Das teamt sich hier nicht. Du kannst mir helfen. So ein Empfang ist doch die perfekte Tarnung, um unauffällig ein paar Gäste auszuhorchen. Ich arbeite hier. Du sollst dich hier fernhalten. Du bringst mich in Schwierigkeiten. Ich arbeite auch hier. Ach, Unsinn. Ich habe einen Auftrag. Was zum Teufel willst du denn hier rauskriegen? Ich suche einen Maulwurf. Was? Einen BND-Agenten? Hier? Das ist doch hier nur ein Kulturinstitut. Und dabei unter allen Kulturinstituten wahrscheinlich das harmlos ist. Das ganze Institut ist suspekt. Allein die Gründung. Ich vermute, dieser ganze Kulturaustausch, das ist nur eine Front für Geheimdiensttätigkeiten oder organisierte Kriminalität. Das glaubst du und hast mir davon nichts erzählt? Ich wollte dir keine Angst machen. Außerdem bist du doch keine Agentin. Du kannst nicht lügen wie ich. Und du sollst auch nicht. Das ist nicht dein Leben. Ja, aber verdächtigst du wen? Ich möchte so einen Maulwurf doch besser aus dem Weg gehen. Traue keinem. Okay. Ich werde dann mal ein bisschen rumgehen und Smalltalk machen. Und wenn mir was auffällt... Dann rennst du zu mir. Ich kümmere mich drum. Ah, Jodie Reed! Heine Dean! Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. So happy to have you here this evening. Come in! So sollen wir Deutsch sprechen? Wie lange werden Sie in Pakistan gehen? Oh, Monsieur Petru. Darf ich Ihnen ein Glas Rotwein anbieten? Oh, merci. Sehr aufmerksam. Was ist das für ein... Ah, ein ganz exklusiver Cuvée. Wurde mir gesagt. Hey, kommen Sie zurück. Was machen Sie mit dem Wein? Schütten Sie ihn weg? Ah, der ist absolut ungenießbar. Ich hole Ihnen eine andere Flasche. No, 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 no. Es ist genug. Diesen Geschmack kriege ich ja nie wieder von der Zunge. Das ist nicht einmal Traubensaft. Probieren Sie. Oh, an mir ist da alles verloren. Ich verstehe davon nichts. Ich kann es Ihnen zeigen. Was ist los? Ich habe noch nie Wein getrunken. In meiner Familie war jede Form von Rausch mit in Verboten. Oh, das galt auch in meiner Familie. Aber irgendwann muss man sich doch befreien, oder? Hier? Äh, sind das die Schlüssel zu Ihrem Hotel? Ich bitte Sie, für wen halten Sie mich? Im Keller lagert eine einzigartige Flasche aus meiner Sammlung. Und warum wollen Sie die gerade mit mir teilen? Weil es Ihnen noch etwas bedeutet. Ich will Sie ansehen, wenn Sie Ihren ersten Tropfen probieren. Das ist alles. Wo haben Sie die Flasche gekauft? Bei einer Auktion. Wo? Doch sicher nicht hier in Pakistan. London. Ich habe meine Spezialisten. Ihr Spezialist heißt nicht zufällig Berger? Ach. Klaus Berger? Woher wissen Sie das? Ich habe nur geraten. Er ist doch berühmt für seine Expertise. Aber er ist so furchtbar wählerisch. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ohne Herrn Berger könnte ich Wein und Traubensaft auch kaum auseinanderhalten. Gehen Sie und kommen Sie mit meinem Chateau Petrus und zwei Gläsern zurück. So fängte die Forelle mit seiner Angel nichts. Das ist es. Der Weinkeller. Keine Aktenberge. So, wo ist der Petrus? Ah, hier. Chateau Petrus. 1990, 2006. Und jetzt? Was soll hier sein? Es sei denn... Okay, welche Flasche? Ah, die hier. Die ist leichter. Seltsam. Was hat mein Vater noch über Wunder und Wein gesagt? Billiger Wein in alten Flaschen? Nicht Judas hat uns verraten. Petrus war's. Petrus hat Judas zu Jesus geführt. Er ist der eigentliche Verräter. Schon zu folgen ist Verrat an sich selbst. Aber Verrat befreit uns. Jesus wäre nichts ohne den Verräter. Soll ich vielleicht... Ja. Ach, scheiße, nein. Was ist das? Ach, die Flasche hat tatsächlich eine doppelte Wand. Ja, nur da war der Wein drin. Der Rest dient als trockenes Versteck für... gerollte Papiere. Was ist das? Echtheitszertifikate. Händlerlisten? Bestandslisten, oder? Nee. Was ist das hier? Ach, verdammt. Ich hab sie gesucht. Georg! Was haben Sie da? Geschäftsunterlagen. Das scheint eine Kunden- oder Händlerliste zu sein. Der... Hedonism-Boutique. Zigarren, Whisky, Wine & More? Haben Sie die Adressen gesehen? Genf, Zürich, Washington, Berlin, Havanna, Nassau? Pakistan, Islamabad. Sind das Händler oder Kunden? Das ist die Adresse vom Schiller-Institut. Aha. Und hier ist die einzig Handschriftliche. Ist wohl nachträglich eingetragen worden. Wo ist das? Am Stadtrand. Das ist vielleicht sein letzter Kontakt oder Aufenthaltsort. Das sollte ich mir ansehen. Sie sollten da nicht alleine hin. Übele Gegend. Kommen Sie. Mein Auto steht draußen. Oh, Herr Herold. Was machen Sie denn hier so alleine? Ich bin an Ihrer beeindruckenden Fotogalerie hängen geblieben. Das Gruppenbild ist vom letzten Jahr, oder? Das sind Sie? Ja. Und ist das Georg? Georg? Meine Frau arbeitet mit ihm zusammen, oder? Äh, Georg? Gregor. Bitte? Das ist Gregor. Aber der arbeitet hier nicht. Also nicht mehr. Eine schöne Geschichte. Kommen Sie, ich muss wieder zu den Gästen. Und Ihr Glas ist ja auch leer. Ich dachte, meine Frau hat ihn noch kennengelernt. Georg oder Gregor? Haben Sie ihn gesehen? Nein, nein. Aber meine Frau zeichnet. Sagenhaft. Ich dachte, ich hätte ihn wiedererkannt. Ach, die Irrensicht. Der ist weg. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich nochmal hertraut. Der hat mich ganz schön reingeritten. Das tut mir leid. Was ist passiert? Da kam dieses Gericht auf Gregor Arbeite für Isi. Isis? Oh mein Gott. Nein. Isi. Inter-Services Intelligence. Der pakistanische Geheimdienst. Und das ist ein Problem? Ja. Pakistan ist unser Verbündeter. Der BND hat eine Kooperation mit dem Isi. Aber nur zur Illustration. Wie hat man Osama Bin Laden geschnappt? Wissen Sie das? Ich bin ja kein Agent oder so. Aber es gab diesen Actionfilm. Wie hieß der noch? Da sind die Special Forces mit Hubschrauber übers Dach rein und bam, haben alle gekillt. Ja, aber woher wussten die Amis, wo sich Osama versteckt? Die Hinweise kamen vom BND. Der BND hat der CIA gesteckt, dass Osama Bin Laden mit Wissen des ISI in Pakistan lebt. Also einerseits hat der ISI Osama beschützt und andererseits hat er uns ein Versteck verraten. Zumindest einer hat geredet. Und das war Gregor? Es war ein Gerücht. Üble Nachrede. Der Archivar hat das Gerücht verbreitet, um Gregor loszuwerden. Ja, verstehe. Für ihn war Gregor ein Terrorist, der vorgibt, auf unserer Seite zu stehen, um uns zu infiltrieren. Und dafür sogar den Messias des Terrors verrät. Ein Qualitätsopfer. Krass. Also haben Sie Gregor gefeuert oder... Nein. Und Archivar, der hatte so eine Art wie aus einem alten Stummfilm. Dieser ganze Eifer, so melodramatisch. Die ganze Geschichte klang für mich mehr nach ihm, nach seiner Leidenschaft für pompöse Dramen, als nach der nüchternen Wahrheit. Judas, Jesus, Petrus, Antigone und was weiß ich noch. Sie haben ihn abblitzen lassen? Ja. Und oh mein Gott. Er ist rausgestimmt wie ein beleidigter griechischer Halbgott. Hat geschäumt. Heiliger Zorn. Blitze schießen aus den Augen, etc. Ja, hab ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen. Zum Glück. Und Gregor? Tja, Gregor auch nicht. Mein Auto ist klapprig und alt, aber da wo wir hinfahren, ist das ein Vorteil. Unauffällig. Genau. Binden Sie sich das Kopf doch um. Honda. Rot. Mitsubishi. Silbern. Ford. Pickup. Rostig. Was machen Sie? Nichts. Mental Notes. Ich zähle auf, was ich sehe. Suzuki, Kleinbus, Weiß. Verstehe. So merkt man sich den Weg. Oder ob man verfolgt wird. Schlau. Aber wo wir hinfahren, da fällt jedes Auto auf. Und Ausländer. Ja. Hey, da war Brot. Es ist gefährlich hier anzuhalten. Woher kennen Sie so eine abgelegene Adresse überhaupt? Entspannen Sie sich. Wissen Sie eigentlich, wie Felfes Geschichte endet? Irgendwann hat man ihn verhaftet, oder? Man hat ihm eine verdammte Medaille verliehen. Als ein Symbol unserer Arbeit gegen den Bolschewismus. Danke. Natürlich nehme ich diese Auszeichnung. Keine Bewegung. Heinz Felfe, Sie werden wegen des Verdachts der Spionage für den KGB verhaftet. Lassen Sie mich erstmal diese Schatulle zur Seite legen. So, keine Bewegung. Halt! Was ist das? Na, nicht schlucken! Stopp! Maulhaut! Ich brächte den Kiefer! Na, hier hopp! Ein Minox-Film für Spionage-Kameras. Da, das Ding hat er versucht, runterzumschlucken. Darauf geheime Informationen für Moskau. Am 23. Juli 1963 wurde Felfe zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Der KGB jedenfalls überschüttete Felfe mit Auszeichnungen. Medaillen. Man stilisierte Felfe zum Volkshelden. Warum wissen Sie so viel über ihn? Sehen Sie aus dem Fenster. Hier geht alles vor die Hunde. Der BND schützt uns hier nicht. Man muss auf der Seite stehen, auf der man überleben kann. Das sollten Sie auch tun. Wollen Sie mich abwerben? Sie sind doch keine richtige Agentin. Was hat man gegen Sie in der Hand? Nichts. Ja, Sie sind zu jung. Was ist mit ihm geschehen? Sie wissen es, oder? Woher kommt Ihre Loyalität? Woher kommt Ihr Zynismus? Sie haben eine Verbindung zu ihm. Richtig? Nein. Ja! Familie? Ist es das? Sind Sie ein Teil der Goodwin-Sippe? Ja. Ja. Entschuldigen Sie, haben Sie Hanna gesehen? Oh, äh, sie sollte hier irgendwo sein. Also, das hoffe ich. Ich sehe hier Gäste mit leeren Gläsern und schmutzige Tische. Ich, ich, ich habe sie bei Herrn Petrus gesehen, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung, ich suche Hanna, meine Frau. Sie haben mit ihr gesprochen. Oh, das war Ihre Frau? Sie holt gerade eine Flasche Wein für uns. Vielleicht darf ich Sie auch dazu einladen? Oh, danke. Ich sehe mal nach ihr. Hanna? Hanna? Wo bist du? Wo sind wir hier? Das ist das fünfte ausgebrannte Autowrack. Niemand ist auf der Straße. Die Fenster sind vernagelt oder mit Plan und Tüchern abgehängt. Dort vorne ist es. Die Tür, sehen Sie? Ich sehe fast nichts ohne die Scheinwerfer. Äh, die verrostete Metalltür? Ich werde langsam ranfahren und Sie steigen aus und gehen direkt rein. Ich fahre weiter. Sie kommen nicht mit? Ich komme nach. Wir dürfen nicht vor diesem Haus halten. Jetzt! Raus! Scheiße! Hier ist es menschenleer. Die Tür sieht aus, als hätte man sie gewaltsam geöffnet. Oh Gott, dieser Gestank. Verbranntes Gummi. Die Haare und etwas Süßliches. Ach, das kriegt einem richtig in die Nase. Oh Gott, mir wird gleich schwindelig. Oh da, da sind Matratzen auf dem Boden. Verdecken. Die Fenster sind alle verhangen, vergittert. Zugestellt. Da ist eine Kellertrimme. Hier sind sicher nicht viele Häuser unterkellert. Okay, scheiße, ich gehe runter. Ja. Was ist das hier? Matratzen an der Wand. Wollte man den Raum schalldicht machen? Oh Gott, sind das Blutspuren. Kabel hängen aus der Wand. Oh. Sieht aus, als hätte man versteckte Mikrofone entdeckt und rausgerissen. Die Dinger kenne ich doch. Ja, solche hatten wir in der Ausbildung. BND-Technik. Ein kahler Raum, ein Tisch, drei Stühle, ein Stuhl ist im Boden verankert. Da sind überall Lederriemen dran, Elektrokabel, Brandspuren. Der Boden unter dem Stuhl ist ganz verkrustet und es stinkt. Es stinkt nach verbrannter Haut, Haaren. Oh Gott, was ist hier passiert? Man war dabei, alles auszuschlachten, aber man hat mittendrin abgebrochen. Ein Bandgerät auf dem Tisch. Kennen Sie dieses Foto? Warum lachen Sie? Sie wissen, wer das ist? Fifi. Felfe. Heinz Felfe. Ein Freund Ihres Vaters. Hab ich mit Ihnen über Felfe gesprochen? Alles wurde aufgeklärt. Ihr Vater war ein Verräter, wie Sie einer sind. Sie sind Kaufmann, Sie handeln mit Informationen, Sie haben keine Herren, nur das Geld. Sie verkaufen an den Meistbietenden. Sie, Sie können nie genug bieten, als dass ich Ihnen etwas preisgehe. Wir könnten Sie erpressen. Das hat bei Ihrem Vater funktioniert. Wer ist da? Es wäre leicht, Sie jetzt verschwinden zu lassen. Was ist das für ein Ort? Das war ein Safehouse. Klaus hat hier Leute versteckt, bevor er sie mit neuer Identität ausgestattet in die Welt entlassen hat. Welche Leute? Und wohin? Verfolgte, Flüchtlinge, Quellen, Informanten, Überläufer. Für die Amis wahrscheinlich Terroristen. Was denken Sie? Waren es Terroristen? Ansichtssache. Er hat das entschieden. Er alleine. Er war Gott und Pater zugleich. Manche hat er aufgenommen, andere hat er abgewiesen. Selbst die, die ihm viel Geld geboten haben. Was ist mit denen geschehen, die er abgewiesen hat? Ich weiß es nicht. Alleine ihn um Hilfe gebeten zu haben, wird für viele das Todesurteil bedeutet haben. Auf jeden Fall hat er sich Feinde gemacht. Feinde unter den Mächtigen und zu allem Entschlossene unter denen, die nichts mehr zu verlieren hatten. Am Ende wurde sein Safehouse sein Gefängnis. Wurde er hier gefoltert? Man hat ihn verhört. Die CIA nennt das Enhanced Interrogation. Erweiterte Verhörmethoden. In Pakistan braucht es dafür keinen Euphemismus. Verhör ist gleich folter. Vielleicht ist er längst tot. Nein. Sie waren dabei, als er verhört wurde. Jemand wie ihn tötet man nicht. Jede Seite will ihn. Aber wenn er alles verraten hat? Wenn er alle Kisten geöffnet hat? Wenn er nichts mehr preisgeben kann, ist er dann wertlos? Vielleicht hat er sich selbst getötet. Nein. Ich habe ihm lange zugehört. Er rekapituliert. Er lässt sein Leben Revue passieren. Nicht nur sein Leben, die Geschichte Deutschlands. Er ordnet seine Gedanken, um am Ende einen Schluss zu ziehen. Dass es so und nicht anders sein muss. Er hat doch einen Plan. Und der ist noch nicht vollendet. Sie tun so, als hätte er alles in der Hand. Aber vielleicht hat nicht nur er etwas vor, sondern andere etwas mit ihm. Es ist ein beliebter Fehlschluss, die Welt nur aus der eigenen Warte zu betrachten und sich als den einzig Handelnden zu begreifen. Sind nicht meine Worte. So klug bin ich nicht. Er hat mir das beigebracht. Lassen Sie mich gehen? Natürlich. Wo Sie doch seine Tochter sind. Aber wenn Sie ihm folgen, spielt es keine Rolle, ob ich Sie töte oder nicht. Sie werden in jedem Fall sterben. Da ist es besser, wenn ich mir keine Schwierigkeiten einhandle. Kehren Sie um. Genießen Sie Ihr Leben. Vergessen Sie nicht. Rückwärts ist immer eine Möglichkeit. Wir alle haben die Wahl. Aber ich wurde in den Dienst hineingeboren wie andere in Ihrer Religion. Manche werden Agenten. Andere sind geborene Verräter. Wir alle haben die Wahl. Herr Gehlen, wie bekommt Ihnen der Ruhestand? Setzen Sie sich, Wilhelm. Nun, ich schreibe meine Memoiren. Haben Sie mich deshalb hergebeten? Ja. Für Ihr Buch? Ich suche einen Schuss. Ja, das ist sicherlich nicht leicht. Ich weiß, Sie wollten Vessel als Ihren Nachfolger verhindern. Was sagt er? Er hat verschärfte Sicherheitsüberprüfungen durchgesetzt. Wie bitte? Er will den BND in ein besseres Licht rücken. Eine hübsche Sängerin auf der Bühne, die rückt man ins bessere Licht. Wir sind Agenten. Wir sind die Bühnenarbeiter im Schatten, die die Scheinwerfer ausrichten. Alle Agenten waren auf Ihrer Seite. Wir alle. Wir haben Wendland als Ihren Nachfolger unterstützt. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen. Am Morgen des 8. Oktober 1968 verabschiedete sich Wendland wie gewöhnlich von seiner Familie. Dann fuhr er in sein Polarabüro, ordnete ein paar Papiere und machte sich Notizen. Gegen 11.50 Uhr legte Wendland eine belgische 9mm Pistole an seine rechte Schläfe und erschoss sich. Die Waffe habe ich ihm geschenkt. Ich habe das gleiche Modell. Hier. Sehen Sie. Was haben Sie vor? Warum? Warum hat er Svendland getan? Wer kann schon in Menschen hineinsehen? Er hatte den Verräter nicht vor sich. Nicht wie ich. Er wusste nicht, worauf er den Lauf seiner Waffe richten sollte. Ich dagegen? Auf diesen Fleck an Ihrer Stirn. Legen Sie die Waffe zurück. Wir sind nicht im Krieg. Halten Sie den Mund. Hören Sie zu. Drei Stunden nach Wendlands Tod erschor sich der flottilen Admiral Adi Hermann Lütke mit einem Jagdgewehren der Eifel. Am 15. Oktober erhängte sich der Regierungsdirektor Hans-Heinrich Schenk aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Einen Tag später schluckte Edeltraud Grapentin aus dem Bundespresseamt eine Überdosis Schlaftabletten. Am 18. Oktober tötete sich Oberstleutnant Johannes Grimm. Am 21. Oktober verschwand Gerhard Böhm vom Bundesverteidigungsministerium und wurde später tot aufgefunden. Das ist Ihre Schuld. Meine Schuld. Sie haben alles ruiniert. Ich. Auf der USA-Reise waren zwei KGB-Agenten. Das hat der Überläufer gesagt. Einer war Felfe. Aber den zweiten Agenten hat man nie gefasst. Es war ein kleiner Kreis. Sieben Agenten. Wer war der zweite? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Wilhelm. Hat man Sie erpresst wie Felfe oder bestochen? Nein. Auf eine andere Art? Nein. Sagen Sie es mir. Ich kannte Felfes Akte. Für manche, die nicht dabei waren, war er ein Kriegsverbrecher. Aber Wilhelm Gutwins Akte ist ein Enigma. Weiße Flecken im Lebenslauf. Fehlende Daten. Sie haben sich irgendwo in den Tropen verkrochen, wie viele unserer Besten. Geschenkt. Aber kaum einer ist freiwillig zurückgekehrt. Warum Sie? Ich wollte meinem Land dienen. Ich dachte, wir wären mehr als Kameraden. Freunde. Ich sage Ihnen, wie es war. Kein Schritt weiter. Ah, Herr Gutwin. Ein tolles Versteck. Es war nicht leicht, Sie und Ihren Mitbewohner zu finden. Erschießen Sie mich also nicht gleich. Hauen Sie ab. Sofort. Ja. Nur das hier. Ich habe gehört, Sie vermissen Deutschland. Ich habe Ihnen eine Spezialität aus Ihrer Heimat mitgebracht. Von wem beziehen Sie Ihre Infos? Von den Affen? Oder den Papageien? Lustig. Nein. Sie schreiben Briefe. Machen Sie das Geschenk auf. Das deutsche Strafgesetzbuch? Schlagen Sie da auf, wo das Lesenzeichen ist. Nein. Lesen Sie. Verschwinden Sie. Nun gut. Dann darf ich. Paragraf 175. Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Steht hier in Ihrem Strafgesetzbuch. Für uns ist es nur eine unglückliche Veranlagung. Nichts, worüber wir urteilen wollen. Was wollen Sie? Mich erpressen? Wir möchten Ihr Geheimnis schützen. Und wir möchten Sie wieder in Ihre alte Gesellschaft integrieren. Ihre Familie. Vermissen Sie Ihre Kameraden nicht? Es heißt, Herr Gehlen würde Sie mit offenen Armen empfangen. Von all den Kameraden, denen ich vertraut habe, Felfel, Perch, haben Sie mich am meisten enttäuscht. Ich hatte Sie gewarnt. Sie haben nicht auf mich gehört. Auf niemanden. Sie haben gegen die eigenen Leute gekämpft. Unsere Regierung verwarnt. Was hindert mich daran, Sie jetzt hier zu erschießen? Ich weiß, Sie waren es. Aber ich weiß nicht, warum. Aber schweigen ist auch eine Antwort. Nun, dann werde ich wohl auch von Ihnen in der Zeitung lesen. Und von Ihrem Sohn. Mein Sohn? Sie haben den BND in die tiefste Krise gestürzt, aus der er sich vielleicht nie wieder erholen wird. Ohne mich gäbe es den BND gar nicht. Deutschland wäre blind und taub. Wir sind es jetzt! Die Amis vertrauen uns nicht mehr. Vielleicht nie mehr. Ich habe ein Telegramm von der CIA bekommen. Glückwunsch, ihr habt euren Felfel gefunden. Wir noch nicht. Das ist ein Abschiedsbrief. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Man will sich trennen, aber ohne Geschrei und Tränen. Die werfen mir nichts vor. Die CIA hat den Informationsaustausch mit uns faktisch eingestellt. Gehen Sie, Wilhelm. Die verdammten Skandinavier kriegen mehr Facken als wir. Verstecken Sie sich in Ihrem Schneckenhaus, bevor der Sturm auch über Sie hereinbricht. Ich bin völlig durch den Wind. War gerade in der falschen Etage. Wieso sehen alle Hotelflore genau gleich aus? Hier ist keine Menschenseele. Und trotzdem fühle ich mich verfolgt. Ich freue mich jetzt sogar auf Sebastians Sprüche. Ich bin froh, mit einem Stift reden zu können. Das ist irgendwie beruhigend. Ich bin wieder da. Sebastian? Was ist hier los? Das ganze Zimmer ist durchwühlt. Sogar die Matratzen sind aufgeschlitzt. Überall liegen Papiere. Was ist das alles? Sebastian? Hannah? Hier ist Nadine Dietz. Was ist los? Sie klingen so... Gilt es Ihnen gut? Ja. Warum? Mein Hotelzimmer wurde... Es wurde eingebrochen. Ja, Mann. Er wurde tot aufgefunden. Wie? Wo? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Im Weinkeller. Wahrscheinlich ein Unfall. Ich stehe auch noch ganz neben mir. Ich komme. Nein, besser nicht. Wir versuchen das leise zu regeln. Warten Sie noch. Ich rufe Sie an. Was ist das alles? Herr Mohr? Man... Man hat Sebastian tot aufgefunden. Ich... Ich glaube, er ist mir gefolgt und dann hat ihn jemand... Ich ziehe Sie ab. Es ist meine Schuld. Er konnte... Keine Zeit. Verschwinden Sie da. Sofort. Zum Flughafen. Aber was wird aus... Ich kümmere mich um alles. Packen Sie. Hauen Sie ab. Rufen Sie mich an, wenn Sie am Flughafen sind. Oh, jetzt fahr schon. Kennen Sie eigentlich die letzte Strophe der Forelle? Es gibt noch eine Strophe, die Schubert nicht vertont hat. Nein. Ihr, die ihr noch am Quelle der sichern Jugend weilt, denkt doch an die Forelle. Seht ihr Gefahr? So alt. Meist fehlt ihr nur aus Mangel der Klugheit. Mädchen, seht, Verführer mit der Angel, sonst blutet ihr zu spät. Wo fliegen Sie hin? Vielleicht sollte ich es besser für mich behalten. Nun, irgendwer muss ihre Ausgaben bezahlen. Wer hat Sebastian ermordet? Sein Tod ist schrecklich. Aber es zeigt, dass ich Sie schützen kann. Ein Tod zeigt, dass Sie mich beschützen können? Das war sein Zweck. So hart es klingt. Er war der Köder und der Fisch hat angebissen. Sie meinen Maulwurf. Bitte? Maulwurf, nicht Fisch. Sie wollten den Maulwurf locken. Oder mögen Sie Angelmetaphern? Ich mag es, wenn eine Metapher keine Metapher bleibt. Hauptsache wir fangen sie alle. Maulwürfe, Fische, Vögel, Ratten. Was für ein Tier ist mein Vater? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß es. Er ist der Panther im Käfig. Der von Rilke? Das ist aber traurig. Sie kennen sich aus mit Gedichten. Werden Sie mir jetzt verraten, wo es hingeht? Haben Sie es verstanden? Darf ich fragen, warum? Ich habe die Liste mit seinen Kontakten und den Codenamen der Operation. Und Bahamas stand unter B ganz oben? Nein. Aber aus irgendeinem Grund wollte ich nach Pakistan da gerne zuerst hin. Das ist allein Ihre Entscheidung. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Melden Sie sich, wenn Sie da sind. Ich werde Ihnen dort ein Schließfach einrichten. Ich werde Ihnen dort ein Schließfach einrichten. Ich werde Ihnen da sind.